Herzlich Willkommen zu unserer Folge auf FischkoppTV Hier ist er Fischkopp und wir spielen Endergames auf dem GOMME-HD-Server Und oh, habt ihr es noch gesehen? Ich habe nämlich eben das Jumping-Puzzle geschafft Deswegen habe ich immer früher angefangen die Aufnahme Da stand nämlich drauf auf dem Schild, dass ich ein ganz schön geiler Typ bin Oh yeah! Alles klar und jetzt... Wir wollen gewinnen Heute mal eine andere Musik Äh, alles royalty free Link steht in der Beschreibung und jetzt muss ich mich mal konzentrieren Weil jetzt wollen wir ja mal gewinnen, ne? Wir wollen jetzt mal gewinnen Und... Komm schon! Eisen, 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 bisschen Eisen, bisschen Fleisch, bisschen Wasser Und los geht's Und... Oh nein! Das ist so eine Map ohne Bäume Oh shit! Das wäre, das wäre richtig kacke Das wäre mal richtig kacke, da ist eine Kiste Da ist eine Kiste, die bringt uns aber auch nichts Ah, du Penner! Ahahaha! Ich habe das Eisen Was mir nichts bringt, weil ich keine Waffe habe Und sowieso keinen Baum, damit ich daraus was machen kann Das ist ja ganz toll, ne? Wir könnten aber einen Bogen irgendwo uns zischen Wir haben nämlich ein paar Pfeile, habe ich gesehen Das ist kacke Und die Leute jetzt mit dem Waffenkit Die haben jetzt natürlich eine Waffel, ne? Gibt's da eigentlich mehrere? Ich glaube das gibt's nur den, äh... Wie heißt das? Hier der Typ mit der Waffel Baba oder so? Okay Äh, Bäume Ich seh Bäume, Leute Aber das ist die Welt vorbei Oh, das sind so ne Schweine, ne? Oh, so nah dran und doch so fern Das ist ärgerlich Das ist sehr, sehr ärgerlich Da ist noch eine Kiste, aber die bringt mir ja nix Ein Bogen Okay, shh, 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 shh Wir könnten Sachen schaffen Wir haben aber nur drei Pfeile Okay, lass uns... Ah, ich wollte grad sagen, lass uns mal eine Rüstung bauen Geht nicht Gibt's hier irgendwo Bäume? Vielleicht können wir ja einen mit drei Pfeilen natzen, der ne Waffe hat Oh, scheiße, noch ein Bogen, ne Enderperle Die können wir zwar hier reintun, aber so richtig was bringt, tut die nicht Wir könnten uns natürlich nur mal... Ja, das bringt uns auch nix Ich dachte, vielleicht entschaden wir den Bogen, sodass wir immer gewinnen Wie töten die sich jetzt gerade gegenseitig? Noch mehr... Ah, ja, okay So was hier... Wir könnten auch Leute anzünden, fällt mir gerade auf Neue Kiste? Oh, da war ein Dier drin, der uns nichts gebracht hätte Ja, wer schießt Oh, hier ist irgendwo... Ach nee, von da kam der Pfeil Was war denn das für ein Schweineschwein? 70 Blöcke, wollen wir uns mal wagen? Wird ja eh ne zweite Runde geben, weil... Also mindestens ne zweite, weil wir werden hier nichts packen Hat der ne Waffe? Ja Den könnten wir jetzt einfach mal kriegen, versuchen so zu kriegen Und dann vielleicht zu verbrennen Schnell drauf snacken Oh, jetzt ist gerade... Bisschen... Oh... Schade Das ist total bescheuert, was ich hier gerade mache Ich habe keine Pfeile mehr Wir zünden ihn an Wir geben alles Wir geben alles Brenne ich auch? Nein Hehe, komm her! Verbrenne! Hoffentlich verbrennt der... Nein, 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 nein Oh shit! Ah... Verschrieben Man muss ja auch mal verlieren, um zu gewinnen Das ist ein altes, äh, Indianer Ehrenwort Ich laber Quatsch Und das mache ich sehr gerne Na, 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 na Und jetzt machen wir nochmal das Jumping Puzzle Hoffentlich schaffe ich es nochmal, weil... äh, sonst hasst ihr mich alle Weil ihr meint, ich bin Lügner, bin ich gar nicht Vorsicht! Oh, 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 oh Wow, schade Knappe Kiste, wir haben noch 30 Sekunden, wir können es noch schaffen Wir können es noch schaffen Ich glaube, wir schaffen es auch Pass mal auf Oh, oh, wo, oh, da, oh, da, da, oh, da, oh, oh He is over, yeah! Congratulations! You're now approved as a Jump and Run Pro Bitches! Okay. Konzentration. Mir ist warm. Mir ist voll warm. Ich mach mal hier den Bauch frei, ja? Ihr könnt es nicht sehen. Ich habe auch keine Hose an. Es ist viel zu heiß. Es sind ungefähr 35.000 Grad hier in diesem Zimmer. Aber ich halte es durch. Okay. 20 Sekunden. 10. Ah, ich habe mich verdrückt, aber trotzdem das Zeug gekriegt. Und Bäume! Bäume! Habe ich jetzt die Perle geworfen oder nicht? Doch, habe ich. Okay, und da war aber eine Kiste. Mann, die Musik ist viel zu tragisch. Und dramatisch. Jetzt hört doch mal auf. Ich sehe keine Kiste. Seht ihr eine Kiste? Ich sehe keine Kiste. Oh nein, wir brauchen noch eine Kiste. Okay, sch, 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 sch. Nicht aufregen, junger Mann. Okay. Wir finden jetzt hier eine Kiste. Wir finden jetzt hier eine Kiste. Kiste. Okay, ich sehe keine Kiste. Dann müssen wir uns erstmal so bedienen hier. Bisschen Holz. Schon mal ein Eisenschwert machen. Komm, Baby. Okay, zack, 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 zack. Komm schon. Bam. Okay. Schüchen. Bam. Ah, das nochmal abbauen hier. Komm schon. Okay, und jetzt noch doch schnell, schnell die Schüchen anziehen. Da ist eine Kiste, glaube ich. Kann das sein, dass wir nichts zu essen haben? Oh ja. Ach, das ist ein Kiste. Komm ich noch ran? Oh, Dias. Oh yeah. Na, komm. Oh, fast. Ich dachte, wir wären fast geportet worden und dann wäre alles kackeausch gewesen. Ich gucke jetzt die ganze Zeit nicht, ob ein Spieler in meiner Nähe ist. 45 Sek. Okay, wir haben noch zwei Dias, Leute. Wir haben hier Chancen. Allerdings nicht zu essen. Das ist nicht gut. Ja. Oh, da hat er, da hat er, da hat er, da hat er stattgesehen. Und da hat er gedacht, oh. Und hier direkt am Wasser, Digga. Hier am Wasser, Digga. Schon gelöscht. Schon gelöscht. So, haben wir was zu essen? Nein, haben wir immer noch nicht. Wir haben aber 15 Pfeile und ich werde jetzt nichts basteln, weil wir gleich geportet werden. Weil ich so schlau bin, tue ich das. Ah, ich habe kein Wasser dabei. Ich habe, Alter. Wat'n Hass. Scheiße. Scheiße. Es lief so gut. Es lief so gut. Und dann sowas. Okay, Leute. Das machen wir nicht nochmal. Das machen wir diesmal anders. Wir gewinnen diesmal, habe ich mir überlegt. Wah, shit. Was ist eigentlich, wenn man hier in die Lava fällt? Gar nix. Gar nix. Man brennt ein bisschen, aber das ist mehr so ein bisschen, äh, Flair. Okay, der fällt gleich runter. Doch nicht. Doch. Wah. Wah. Wenn man hier erstmal rüber ist, dann geht es eigentlich ganz gut. Hallo. Wie heiße ich eigentlich gerade? Ich weiß es nicht. Da brennt einer. Okay. Kidsspinne. Ich kenne die ganzen Kids nicht. Ich muss nochmal mit den Gamma-HD-Leuten reden, ob die mir vielleicht die Kids freischalten, weil so viel Kohle kriege ich niemals zusammen, dass ich mir die ganzen Kids mal angucken kann. Aber ich würde die euch gerne mal zeigen, falls ihr die nicht kennt. Oh. Nein. Oh, shit. Okay. Puh, das war kacke. Das ist richtig kacke gelaufen. Und hier wurde es jetzt auch gerade nicht besser, du. Oh. Okay. Cool bleiben. Cool bleiben. Wir kriegen ja gleich eine Kiste. Jetzt hör doch mal auf hier mit dem ganzen Geklitsche. Okay, Vorsicht. Wir müssen jetzt... Oh, oh. Komm, schneller. Oh. Irgendwie. Ah, da ist eine Kiste. Und deswegen gewinnen wir jetzt nicht. Echt, echt. Ein Eisen und ein Gold. Wollt ihr mich echt mal verkackeiern hart, oder was? Ist das euer Ernst? Wie viele Sekunden haben wir noch? 30. Jetzt müssen wir uns ein Holzschwert basteln. So eine Dinger liebe ich ja, ne? Ich weiß nicht, wo der nächste Spieler ist. Ist mir jetzt auch erstmal egal. Komm. Komm. Komm, 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 komm. Okay. Nicht cool. Überhaupt nicht cool. Oh, shit. Okay. Äh, das Ding nimmt man mit. Wie viel... Wie viel... 97 Blöcke. Okay. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir jetzt gleich nochmal eine Kiste finden. Scheiße, ey. Ein Holzschwert. Ein Holzschwert. Essen. Du musst essen. Da läuft essen. Pure Energie. Komm, Digga. So, immerhin. Wir könnten uns jetzt aus Leder... ...was basteln. Aber dafür haben wir nicht genug. Haben wir das gleich hier? Ja. Okay. Hier ist der Spieler. 71 Blöcke. 63 Blöcke. 59. Irgendwie kommt er näher, hab ich das Gefühl. Was jetzt gar nicht so geil wäre. Guck mal, so ein bisschen Leder noch. Ein bisschen Leder noch. Echt mal jetzt. Oh, ist das ein Spieler da? Die Kuh? Nee, ne? Kuh, komm her. Oh, gepackt. Nein, ein Tierschwert. Alter. Nächstes. Nächstes. Das ist kacke. Das ist... Das ist nicht... Das finde ich überhaupt nicht cool. Das ist auch überhaupt nicht lustig. Immer dieses... Geverliere. Oh. Du gewinnst jetzt nicht. Die Zeit läuft aus. Die Zeit läuft... Nein, ich wollte noch ein bisschen springen. Okay. Sch. Lass uns mal hier Taktik überlegen. Beziehungsweise werden wir ja eh gleich nochmal geportet. Das heißt, jetzt können wir hier nochmal nicht gucken, ne? Flexi, hallo. Okay. Wie heiße ich? Weiß ich nicht. Heiß ich Chaos 726? Steht das hier? Ja. Das ist Chaos 726. Gehen wir... Diesmal Sieg. Diesmal setzen wir voll auf Sieg, Alter. Okay. Sch. Komm, komm. Ja, hast du hier noch was dringelassen? Nein. Und jetzt loslaufen, damit wir schnell eine Kiste kriegen. Seht ihr irgendwo eine? Da vorne war eine. Das muss schneller gehen. Äh. Wieso ist denn der da? Wegen der... Wegen der Enderperle oder was? 13 Pfeile bringt mir nichts. An der Kiste war er schon. Deswegen laufen wir jetzt mal hier lang, wo schon ein anderer ist. Das ist nicht gut. Oh, oh. Shit. Okay, Leute. Ah, die Kiste ist gerade weg. Ich hab sie gerade gesehen im Augenwinkel. Und... Ah, verdammt. Okay, nächster Spieler. 70 Blöcke. Das ist schon mal mindestens... Zumindest ein bisschen was. Und ich seh schon, wir müssen hier... Wir haben ein Dia, ne? Wir müssen hier... Uns das Holz holen. Schon wieder ein Holzschwert basteln. Überhaupt nicht cool. Überhaupt nicht cool. Komm schon. Ich glaub... Ich weiß, ich brauch eigentlich nur zwei, glaub ich. Okay. Okay. Oh, oh, oh. Ich hab mich vertan. So, Freunde. Sonst können wir nichts machen. Nee. Wir holen uns jetzt hier nochmal ein bisschen Fleisch mit. Oh, shit. Oh, shit. Tot. Ich bin tot. Oh, wie viele Kisten. Hier ist ein Boost. Den krieg ich nicht mehr, oder was? Doch. Oh, der ist weg hier. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Okay, er ist noch hinter uns geblieben. Ah, drei Eisen. Sehr gut. Oder so. Nächster Spieler vor uns. Ich möchte hier weg. Oh, den könnten wir kriegen, wenn er... Wenn er uns nicht sieht. Nein, Känguru. Oh, shit. Wir sind gleich tot. Nein. Oh, fuck. Oh. Ich würde ja auch nicht sagen, das war's. Sag mal, was ist denn jetzt hier? Aber. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Pipping Tom heiße ich jetzt. Pipping Tom. Oh, ich schwitze voll. Merkt man das eigentlich? Oh. Ist das heiß hier, ey. Hallo, Flexi. Oh, schon wieder da. Okay. Natürlich bringt mir Wasserkühlung was. Kühlen halt, ne? Ja, ist gut. Wasserkühlung ist gut. Wasser ist gut. Okay. 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 Shh. Nicht anschreien. Oh, die 5 Eisen verballert. Oh, immerhin das Fleisch gekriegt. Und jetzt wollte ich jetzt noch was kriegen. So, wo sind jetzt die wenigsten lang gelaufen? Hier. Ah, Pucki. Oh, shit. Oh, jetzt hab ich's verkackt. Jetzt hab ich's verkackt. Da sind Kisten, aber da sind die anderen schon dreimal vor mir da. Oh, shit. Okay, wir müssen weiterlaufen. Wir müssen weiterlaufen. Wir müssen weiterlaufen. Da sind die ganzen Leute hin unterwegs. Okay, wir müssen sie austricksen. Wir müssen jetzt da hoch. Und das ist der Plan, der uns den Sieg bringen wird. Weil jetzt hier eine Kiste ist. Vorsicht. Da ist eine Kiste. Okay. Ist die Schutzzeit schon aus? Nee, ne? Doch. Nee. Gut. Oh, hier oben hab ich noch eine Kiste gesehen. Nein, lass mich durch. 30 Sekunden noch. Wo war denn die Kiste? Die ist weg, ne? Die hat sich gerade weggeportet, die Sau, Sack. Oh. Ist schon wieder Holzschwertzeit. Und ich werde sterben, weil mich da jemand wegholt gleich. Brauchen nur zwei, ne? Okay. Okay, abstauben. Abstauben. Da kämpfen, glaube ich, gerade zwei. Abstauben, komm. Ja. Okay, was sind die gelben Sachen? Weiß ich nicht. Bringt mir ja eh nix. Haben wir noch Stöcker? Ja. Ah. Ah. Verdrückt. Okay. Okay, Digga. Dich hol ich mir. Bleibt mal bitte stehen. Stopp. 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 Ja, nein. Oh, ich hab ihn hochgehauen. Wie kack ist das denn? Komm. 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 Yes. Haben wir alles eingesammelt? Okay, zweiter noch. Wo war der jetzt? Da oben. Was ist das für ein Eichhörnchen? Komm her, Digga. Yeah. Okay. Nächster Spieler. 46 Blöcke. Ist nicht so viel. Haben wir irgendwelche Sachen, die wir... Nee. Noch was essen. 46 Blöcke. Da ist doch ein Kollege, den wir jetzt töten möchten, gerne. Hoffentlich hört er uns nicht. Oh, er hat uns gesehen. Und er wird das Ding gewinnen, wenn wir uns hier nicht aufpassen. Ah. Okay, weg, 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 weg. Wir haben zu wenig Leben. Oh, Speedboost. Yes. Das ist gut. Oh, ein Tier. Das uns ja bekanntlicherweise Leben geht. Okay. Schnell das hier an. Und wo ist ne Hose? Oh, das hier ist viel besser. Nächster. 116 Blöcke. Sehr gut. Erstmal was snacken. Okay. Ähm. Haben wir jetzt... Oh, oh, oh. 119 Blöcke. Alles klar. Hose. Was haben wir jetzt hier an Metall... Haben wir... Warte mal. Sowas. Viel besser. Swing. Okay. Äh. Bogen. Das Ding hier. Sollen wir uns aus Gold irgendwas machen? Nein. Wir haben... Aber mein Mauspad... Ähm. So. Ups. Ups. Äh. Kuh. Äh. Kuh. Äh. Soll erst mal so okay sein. Das nehmen wir auch nochmal mit. Okay. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute. 103 Blöcke. Okay. 64. 59. 50. Ist das stehen geblieben? Da hinten. Okay. Könnten wir kriegen. Könnten wir... Oh. Da... Abstauber. Da rieche ich einen Abstauber. Ja. Komm. Nein. Das ist ein Känguru. Oh. 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 Ey. Ah. Das hätt's jetzt werden können, ne? Oh. Hallo. Essen. Essen. Feuerzeug. Wasser. Nach dem letzten Ding müssen wir mal mitnehmen. Das kann alles weg. Das Essen hätte ich jetzt nicht wegschmeißen müssen. Ist mir jetzt aber egal. Wir haben hier genug Zeug. Leder kann weg. Essen. Hier. Drei Dias. Bringen uns eigentlich nicht so viel. Hier ist ein Neck. Noch ein Brötchen. 140 Blöcke. Okay. Finale, Leute. Finale. Wie viel Eisen habe ich? Drei. Drei Dias. Stimmt. Ich könnte mich eigentlich jetzt. Hi. Hehehe. Okay. Oh. Alter. 81 Blöcke. 84. Okay. Okay. Willkommen über die Bäume. Wie ein Ninja. 50 Blöcke. Oh. 50. Läuft er weg? Sieht so aus. 19 Blöcke. Oh. Ist Känguru. Schöne Scheiße. Wir haben hier keine Tiere. Und er tötet mich. Ich brauche Tiere. Ich brauche irgendwo einen Ort, wo ich Tiere habe. Alter. Nein. Okay. Hier haben wir Tiere. Snacken. Oh shit. Ich muss auch. Ich habe kaum noch Leben, Leute. Wo ist er? Okay. Zehn Blöcke. Wow. Da ist noch ein Schaf, oder? Ja. Hier möchte ich kämpfen, bitte. Wo ist er? Oh. 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 Komm schon, Digga. Er zündet einfach den Wald an. Oh. Er hat ein Tierding an. Nein. Wie hat er mich anzündet? Wie hat er mich anzündet? Nein. Das Tier. Komm, 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 komm. Nein. Ich bin einfach schlecht. Scheiße. Videobeweis, wie man ein Clip eindeutig sieht. Aha. Ich behaupte nichts. Ich fand es ganz cool. Also gerade jetzt die letzte Runde war doch ganz okay. Ihr wisst ja, ich zeige hier alles, damit man auch mal sieht. Hoch und runter. Ein Geben, ein Nehmen, ein Plus, ein Minus. So läuft das hier bei Fischkopf TV. Vielleicht hat es euch auch gefallen. Dann könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Das war ja Fischkopf. Bis dann. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020